So, hallo zu meinem dritten Video, also Hashtag 3, wollte ich nur sagen, heute wird eine kleine Comment-Video gemacht. Also wir beginnen erst dann mit den einfachen Comments wie Gif-Effekt und sowas. Und ihr schreibt dann in die Kommentare, wenn ihr was wisst. Und ja, auf Instagram heiße ich Tim HD. Von dort aus könnt ihr mir dann auch ein paar Comments zuschicken. Also dann bis gleich. So, ich habe jetzt eine Welt regeneriert. So, der erste Comment wird irgendein Gif-Befehl. Also Gif, Tim HD, Minecraft, Gastrinne, also Gastrinne, nein, Buch, nein, 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 Endergest. So, jetzt habe ich hier eine Endertruhe. So, kann ich setzen. Und wenn ich jetzt irgendwo zum Beispiel dort auch eine zweite Endertruhe rein stelle und da die Endertruhe zum Beispiel reinlege und hier reingehe, habe ich die hier auch. Mist, das Ding ist abgestürzt, sorry. Jetzt baue ich es wieder ab. So, jetzt kommen wir zu Comment Nummer 2. Der Comment-Effekt. Ich habe mir jetzt am Slash-Effekt Tim HD Minecraft Norsha-Effekt gegeben. Das heißt, also man kann es auch noch verlängern. Wenn ich hier zum Beispiel Stufe 100 für 50 Sekunden gebe, dann sieht das so aus. Äh, Stufe 50 für 100 Sekunden. So, ähm. Mist, geht nicht. Egal, kommen wir zum nächsten. So, als nächstes kommt die Summon-Befehle. Zum Beispiel Slash Summon Ähm Ender Dragon. Jetzt drücke ich hier drauf und habe einen riesigen Ender Dragon gespawnt. Jetzt kommt zum Beispiel der Befehl Slash Kill Nein, ähm, nicht immer die, Sondern, ähm, Add E Und alles hier in der Nähe ist gestorben. In einem gewissen Umkreis. Als nächstes mache ich Slash Spawn Point. So, da habe ich hier einen Spawn Point gesetzt. Gehe hier hinter. Gibt zum Beispiel Slash Kill Slash Kill Als Edernstub dir zwar alles, aber Wenn ich respawne, bin ich jetzt genau hier bei meinem Spawn Point. Als kleine Markierung mache ich...